Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von SoSimple. Ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht kennen wir uns ja schon von meinen Nähbüchern, von meinem Podcast oder auch von meinem Nähblog SoSimple.de. Heute nähen wir zusammen so ein absolut anfängertaugliches Shirt mit angeschnittenen Ärmeln. So sieht es aus. Das Schnittmuster heißt Mähne und du bekommst es als PDF zum Sofortdownload oder als Papierschnittmuster bei SoSimple im Shop. Schauen wir uns an, welche Schnittteile wir brauchen. Die Ärmel sind angeschnitten, deswegen brauchst du nur ein Vorderteil und ein Rückteil. Lege das Rückteil mit der rechten Seite nach oben vor dich hin. Lege das Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückteil. Das heißt, die schönen Stoffseiten liegen aufeinander. Stecke die Schulterkanten und die Seitenkanten bündig rechts auf rechts aufeinander. Bündig bedeutet, dass beide Stoffkanten genau miteinander abschließen. Du kannst Shirt Mähne total gut mit der Overlock nähen. Das ist die allereinfachste Variante, denn die Overlock trimmt nicht nur die Stoffkanten, sondern sie versäubert sie auch und sie näht sie zusammen. Aber du kannst natürlich auch mit der Nähmaschine nähen. Dann solltest du einen elastischen Stich aussuchen. Gut geeignet ist zum Beispiel ein schmaler oder ein breiter Zickzack. Aber auch ein Geradstich mit der Stichlänge 2,5 mm ist perfekt, wenn du mit einem elastischen Nähgarn arbeitest. Elastisches Nähgarn gibt es mittlerweile von mehreren Herstellern. Wir benutzen am liebsten Seraflex von Mettler. Seraflex von Mettler findest du mittlerweile in unglaublich vielen Farben und du kannst es dir passend zu deinem Stoff aussuchen. Du kannst dieses elastische Nähgarn übrigens auch sehr gut nehmen, um das Shirt zu säumen. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen. Dieses Schnittmuster ist super gut für Anfänger geeignet. Warum? Weil keine Ärmel eingesetzt werden müssen. Die Ärmel sind angeschnitten. Das heißt, wenn du vorher noch nie ein Shirt genäht hast, dann ist Shirt Mähne womöglich die allereinfachste Variante. Das Tolle ist, dass du keine Passbillen oder Einfassstreifen annähen musst, sondern dass die Säume einfach nach innen umgeklappt werden. Meine Kollegin Petra hat jetzt die Schulterkanten und beide Seiten zusammengesteckt. Die Armausschnitte bleiben natürlich frei. Die werden nicht geschlossen, wenn wir jetzt an die Nähmaschine gehen. Petra startet mit der ersten Seitennaht am unteren Saum und dann näht sie mit einem Vierfaden-Overlockstich bis zum Armloch. Wichtig, du solltest darauf achten, nicht über die Stecknadeln zu nähen. Das kann das Messer deiner Overlock beschädigen. Petra steckt die Stecknadeln so weit vom Overlockmesser weg, dass sie damit gar nicht in Berührung kommen. Hier ist sie jetzt beim Armausschnitt. Und sie macht direkt bei der Schulterkante weiter. Die Raupen zwischen den einzelnen Strecken schneidet sie nachher mit einer kleinen scharfen Schere durch. Der Vierfaden-Overlockstich ist sehr gut für solche Shirts geeignet, weil er eine sehr robuste Naht ist und gleichzeitig schön elastisch bleibt. Du kannst das Shirt aus allen dünnen, elastischen Stoffen nähen, die dir gefallen. Perfekt ist zum Beispiel ein Baumwolljersey, Bambusjersey oder Lycra. Du kannst aber auch Funktionsstoffe dafür nehmen. So sollte dein vorbereitetes Shirt jetzt aussehen. Schneide die Overlockraupen zwischen den einzelnen Abschnitten durch. Wende dann das Shirt auf die rechte Seite. Jetzt kann man doch schon erkennen, was es mal werden soll. Versäubere den Halsausschnitt, die Armausschnitte und den unteren Saum mit der Overlock. Falls du eine Covermaschine besitzt, dann kannst du gleich zum nächsten Schritt weitergehen und das Versäubern weglassen. Petra arbeitet hier auch wieder mit der Overlock und dem Vierfaden-Overlockstich, um die Stoffkante zu versäubern. Beim Versäubern solltest du darauf achten, dass die Seitennähte immer in eine Richtung liegen, am besten Richtung Rückteil. Dasselbe gilt für die Schulterkanten. Das Versäubern mit der Overlock stabilisiert die Stoffkanten und sorgt dafür, dass sie sich beim Säumen nicht so rollen. Und wenn du wie Petra so ein besonders hübsches Ovi-Garn zum Versäubern nimmst, dann hast du einen extra Hingucker im Shirt. Petra hat jetzt alle Stoffkanten versäubert und jetzt geht's schon ans Säumen. Schlage die versäuberten Kanten am Halsausschnitt und den Armlöchern jeweils einen Zentimeter zur linken Seite um und stecke sie fest. Der Halsausschnitt ist vorbereitet und jetzt kümmert sich Petra um die Armausschnitte. Auch hier klappt sie die Säume einen Zentimeter nach innen um. Und den ganzen Spaß macht sie natürlich auf der anderen Seite, also beim zweiten Armloch, nochmal ganz genauso. Achte dabei nochmal auf die Seitennaht. Die sollte in Richtung Rückteil liegen. Halsloch und Armlöcher sind umgesteckt und jetzt kümmert sich Petra noch um den unteren Saum. Der untere Saum wird zwei Zentimeter nach innen umgeklappt. Das hat Petra jetzt hier mal erledigt. Wir schauen uns das Ganze nochmal an, bevor es an die Nähmaschine geht. Der untere Saum, linkes Armloch, der Halsausschnitt und das rechte Armloch. Na, das wollen wir ja nicht vergessen. Steppe die Säume mit einem flexiblen Stich deiner Nähmaschine an den Oberstoff. Oder verwende ein flexibles Garn und nähe mit einem Geradstich. Du kannst natürlich auch eine Zwillingsnadel nähen. Falls du eine Covermaschine hast, dann nähe alle ungeschlagenen und gesteckten Kanten jetzt mit der Cover ab. Petra näht mit dem Schmalkantfuß ihrer Bernina von der linken Stoffseite aus. Diese kleine Führungskante am Fuß führt sie an der Stoffkante entlang. Das hilft ihr dabei, einen gleichmäßigen Abstand zur Stoffkante einzuhalten. Ganz wichtig ist es natürlich, dass du eine Nadel verwendest, die perfekt zum Stoff passt. Also zum Beispiel eine Jersey-, Stretch- oder Super-Stretch-Nadel. Wenn Jerseys zum Beispiel besonders viel Elastan enthalten, dann verwende ich sehr gerne die Super-Stretch-Nadel. Oder auch eine sehr gute Idee, die Black Super-Stretch. Das ist eine beschichtete Nadel von Schmetz und sie funktioniert extrem gut mit Jersey. Zum Thema Nadeln habe ich übrigens auch ein paar sehr hilfreiche Podcast-Episoden mit Petra Donat von der Firma Schmetz aufgenommen. Kannst du dir ja mal anhören. Beim Nähen des Saums solltest du darauf achten, dass sich der Saum nicht verzieht. Und um den Stoff ein bisschen mehr zu stabilisieren, also wenn er besonders weich ist zum Beispiel, kannst du auch einen schmalen Streifen Flieseline H609 aufbügeln. Und damit ist Shirt Mene auch schon fertig. Ich hoffe, die Anleitung hat dir Spaß gemacht und du bist motiviert, dich jetzt auch so ein wunderschönes Shirt zu nähen. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!